Die Lage in den Alpen spitzt sich zu, denn für das Wochenende sind weitere Schneefälle erwartet. SPD, Linke und AfD haben sich vorbereitet für das Wahljahr 2019. Und Kommissionschef Juncker übt harsche Kritik an Rumänien. Die haben die Ratspräsidentschaft inne. All das um 23 Uhr in der Tag. Bis gleich.